Musik Willkommen im Institut für angewandte Kornotherapie bei KOKO in Merschlingen. Die Behandlung der Haut, die zu Neurodermitis neigt, ist heute unser Thema. Auch für diesen Hauttyp haben wir spezielle Dermavidurals Präparate entwickelt. Das Ziel der Behandlung ist die Regeneration der Hautbarriere. An unserem Modell führe ich Ihnen jetzt vor, wie eine solche Behandlung durchgeführt wird. Die Pflegebehandlung beginnt mit einer Reinigung der Gesichtshaut, des Halses und des Dekolletes. Für eine Haut, die zur Neurodermitis und zu Ekzemen neigt, empfiehlt sich unsere Reinigungsmilch mit DMS. Durch den Dermamembranstrukturanteil wirkt sie nicht nur reinigend, sondern auch pflegend. Die Reinigungsmilch wird mit der Zwei-Pinsel-Technik aufgetragen und mit einem feuchten Tuch entfernt. Für die Reinigung des Körpers eignet sich die Duschcreme besonders gut. Sie enthält milde Tenside in Verbindung mit natürlichen Ölen und DMS-Komponenten. Nach der Reinigung tonisieren wir die Haut. Durch die Tonisierung können anschließend Wirkstoffkonzentrate besser aufgenommen werden. Die Süßmon-Lotion P wird auf Watte gesprüht und auf das Gesicht getupft. Die verwendete Süßmon-Lotion P ist liposomal aufgebaut und öffnet die Barriere-Schichten kurzfristig für die Wirkstoffe. Zusätzlich wird Linolsäure, ein essentieller Bestandteil des Ceramid 1, in die Haut penetriert. So wird die Haut für die später folgende Maske ideal vorbereitet. Für die Maske wählen wir die vier Wirkstoffe Depanthenol, Nachtkerzenöl-Nanopartikel, Boswellia-Nanopartikel und Avocadoöl. So erzielen wir bei der Haut, die zu Neurodermitis neigt, eine barrieregenerierende und präventiv entzündungshemmende Wirkung. Depanthenol ist ein Provitamin des Vitamin-B-Komplexes. Es erhöht das Feuchterhaltevermögen der Haut und beschleunigt das Zellwachstum. Gamma-Linolensäure-reiche Nachtkerzenöl-Nanopartikel und Boswellia-Nanopartikel wirken entzündungshemmend. Avocadoöl liefert pflegende Phytosterine und Vitamine. Zunächst vermischen Sie die vier Wirkstoffe in einem kleinen Schälchen miteinander und tragen sie manuell auf die Haut auf. Ein Tipp! Sparen Sie den Augenbereich aus und verwenden Sie hier Oleogel Plus. Oleogel enthält hochwirksame pflegende Öle, zieht schnell ein und ist auch für die Lippenpflege geeignet. Sind die Wirkstoffe aufgetragen, verteilen Sie mit dem Pinsel eine kleine Menge DMS Basiscreme High Classic Plus. Danach wird die Basismodellage mit Wasser angerührt und zügig über Wirkstoffe und Basiscreme appliziert, da die Basismodellage schnell beginnt sich zu verfestigen. Die Maske wirkt okklusiv und fördert die Penetration der Wirkstoffe. So wird die Haut optimal mit Feuchtigkeit versorgt. Nach 20 Minuten ist die Gesichtshaut spürbar geglättet und gestrafft. Die Maske nehmen Sie nun in einem Stück ab und beseitigen kleine Reste mit der Kompresse. Tupfen Sie die Haut danach sanft ab. Barrieregestörte, fettarme Haut benötigt eine hochfethaltige Lotion, die das natürliche Gleichgewicht wiederherstellt. Die Süßmon-Lotion N enthält naturidentische pflanzliche Öle sowie essentielle Fettsäuren in Nanopartikeln. Ein Tipp! Bei Juckreiz empfehlen wir für die Heimpflege außerdem die Noverithen-Creme. Sie enthält Harnstoff und Nachtkerzenöl in einer DMS-Grundlage. Für die Heimpflege empfehlen wir, morgens 44 ml Basiscreme High Classic Plus in die 6 ml Boswellia Nanopartikel eingerührt werden. Abends und bei Juckreiz Noverithen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.dermaviduals.de